äh, laufe ich richtig? ne, ne, ich laufe wieder zurück oh man ich habe ja diese Magnetstiefel, ne ich habe die ja noch gar nicht getestet wie kann ich denn damit irgendwie schnell oder sonst was ja stimmt, hier mussten wir lang nein, nein, ausgerutscht ausgerutscht in die Lava, tot äh, hier muss ich hier lang so, da sind Monster böse, böse Monster zum Glück können wir die auf die Distanz killen oh, so viele Balls, alles meins sehr schön wenn ich das wüsste äh, tro 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 was haben wir hier oh mein gott, was ist das? ach du scheiße das ist schildkröten ähnliches wach und weiß dingsbums etwas oh mein gott was ist das was ein geiles creature was ist das aber es stirbt okay ich bin stufe vier schon das ist ja cool mit dem brenner mit dem anfangs mit der anfangswaffe wie heißt die trainer ja ich komme da leicht durcheinander mit dem waffennamen aber das ist ja cool der sieht so gut aus das spiel von der grafik das ist ich kann es einfach nur wieder sagen das sieht toll aus okay haben wir besiegt sehr schön wof ich hasse spinn spinn sind furchtbar eine karte bekommen jetzt kann ich wieder meinen super brenner hier ein bisschen ein bisschen wieder brand verursachen oh fuck nein noch zwei gehen wir bloß weg komm heilung 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 da ist heilung bitte 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 ja da ist irgendwas da ist irgendwas ich kann mich aber nicht umdrehen ich brauche heilung 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 bitte bitte heilung wo ist heilung nein da ist noch so ein Viech das sind noch zwei Viecher ich kriege bitte hier eine heilung ich kriege bitte hier eine heilung nein oh man das war jetzt unfair oh ich habe mich gleich nach vorne getriggert ob jetzt können wir die töten was haben wir davon ah ein erz bekommen das sieht schon komisch aus kommst du nicht heran ja ein problem das gilt ich gerne ach komm schon das gibt es doch nicht nein verdammt aber wenigstens bleiben die Monster dann tot so wie ich es gerade gesehen habe so so okay da ist noch ein Viech und das doof ist ne da ist noch zwei Viecher vielleicht kann ich die runterschmeißen die machen scheiß viel Damage und ich habe nichts auf Distanz oder so hier bin ich sicher ah doch ich habe wieder hier was auf Distanz ja sehr cool die Waffe macht auch jetzt extrem schaden das ist krass weil ja man mittlerweile hier macht die halt gut Damage weil der auf Level 4 ist schon und wir haben mit 2 überlebt nice okay wir wollten wieder was in den Brenner hier stecken oder ne Brenner ist voll ah ja genau hier in meine Schmelzdingsbums einmal hier das ja jetzt ist super toll never seen before reibungslose Magazin nachdem du eine Gruppe nachdem du eine Granate Gruppe ja ja geworfen hast lässt der Schmelzhandschuh eine frische Granate nach effizierter in deine Hand gleiten was deine Feuerrate erhöht ich habe nur verstanden es ist gut mit anderen Worten so mal gucken was hier für ein Rätsel kommt boah das sieht ja mal mega kompliziert aus was sind 3 ich habe keine Ahnung was ich jetzt gerade gemacht habe ich schwöre es ich habe keine Ahnung ich habe einfach rumgedreht und es hat geklappt so wie sich das gehört nein natürlich war das Überlegung pur Konzentration und deswegen habe ich es geschafft oh mein Gott was ist das was ist das ich glaube jetzt haben wir ein Problem diese komische Affedingsbums möchte uns töten habe ich Munition ja ich habe Munition der hat 99 HP achso ich mache Schaden ja dann ist ja gut einfach Gegenschießen bis er verregt das ist immer eine geile Technik einfacher Tipp falls ihr in irgendeinem Spiel hängen bleibt weil ihr zu wenig Raum habt rennt einfach im Kreis hier einfach von links nach rechts im Kreis der Gegner erwischt euch soweit nicht und ihr macht Damage und er ärgert sich weil er am Ende verliert jetzt holen wir mal Munition oder so das ist echt gut also im Kreis rennen glaubt mir das wird euch echt helfen schreibt in die Kommentare ob ihr das schon kennt oder ob ihr das schon selbst macht und so weiter und so fort ja wird natürlich mich freuen auf eure Antworten jetzt haben wir herzlichen Krücken nein nein fuck so da hinten ist Heilung ich brauche Heilung Das war's für heute. Okay, dahinten ist wieder Leben. Nein, hässliche Kröten wieder. Shit. Nein, 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 fuck. Fuck yourself. Hey, ist leer? Das wusste ich, ich ziehe nur ein Prozent ab, oder was? Oh, der Gegner ist gleich besiegt. Hype, hype. Hey, ich seh's. Wo ist Heilung? Nein, nein, nein. Ach, nee, oder? Was man vielleicht gerade nicht gesehen hat, ich war in der Flamme und hatte noch vier Leben. Und dann hat die Flamme mir nochmal die vier Leben geklaut, also hatte ich dann nichts mehr gehabt. Ja gut, aber jetzt mit ein bisschen Konzentration kriegen wir das schon hin. Okay, er haut wieder ab. Tja, tja, tja. Ja, diesmal schaffen wir den, bin ich ganz zuversichtlich. Deswegen rede ich jetzt auch mal wenig, um mich ein bisschen zu konzentrieren. Meine Bolz. Ich liebe Bolz. Bei Menschen in den Klängen sind Bolz die besten. So, der hat noch genau die Hälfte. Ja, Stufe 5. Ja, wie geil ist das dann? So, wir haben Max Stufe. Und ich glaube, jetzt macht er mit richtig geil Damage. Boah, ich schieße 3er Raketen. Toll. Das ist ja geil. Ja. Ich glaube, die gehen jetzt alle so schnell toter mit. Jo, wir haben den gleich, wir haben ihn gleich. Hype, 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 noch ein paar Schüsse und Fuck you. Yes, wir haben es geschafft. Ich weiche, ich weiche, bitte tu mir nicht. Sag uns was. Sag uns was du. Sekunde. Sag uns was du über Drecks Plan weißt. Danke. Ja, das war der Lacht. Ich gebe euch diesen Infobob. Ja, du pack doch den auf, Kumpel. Ich brauche eine kurze Pause. Hallo, Blatt, Dummköpfe. Wenn ihr diesen Infobob zuschaut, wurdet ihr ausgewählt für den Bitanest meiner neuesten Erfindung. Das XK81 Düsenpack. Bei den ersten Versen gab es zwar ein Fahrrad, schlägerst du, aber zum Kürchen konnte ich sämtliche Macken beseiten. Jetzt könnt ihr mit dem XK81 Düsenpack den Himmel durchschweren und seid so im Vorteil gegenüber den Dunkeln am Norden. Das XK81 Düsenpack. Ab sofort erhält dich in unserer Basis auf Gaspar. Dr. Lefarius ist nicht verantwortlich für tot den Verlust von geliebmaten oder irreparablen Schäden am Lärten des Kitts. Ja, lustig gemacht, ne? So, wir sammeln nochmal alles ein, falls wir noch was einsammeln können. Ja, da war ja wieder was. Ey, das ist krass, die Waffe ist jetzt richtig gut. Macht wahrscheinlich richtig geil Damage. Dreierschuss göttlich. So, ich muss da hoch. Also da lang, ja. Im Prinzip können wir uns auch die Waffe wechseln wieder, um die anderen Waffen auch noch hochzutun. Bull. Untertitelung des ZDF, 2020